Was hat er vom Projekt, dass ein nationales Fußballstadion gebaut wird? Braucht Luxemburg-Stadt? Ja, das braucht man sicher kein neues Fußballstadion, genauso wie man Kevolodrom braucht. Wir haben keine Menschen, weil das super international wäre, für die pure Mannschaft, wo vielleicht 100 Leute da sitzen, wo dann auch 50 da gratis Bilder kriegen. Ich fand es pure Blödsinn. Dieses Stade, mit neuf oder dix mille Pläts assises, ist eine gute Sache, weil es mehr und mehr Menschen interessiert sich. Ich finde, es ist eine gute Initiative. Ich bin sehr interessiert, aber ich will persönlich nicht die Mannschaft für Fußball. Und ich finde, dass 5.000 Pläts, das wäre vielleicht nicht so viel. Das ist eine sehr große Interesse für ein nationales Fußballstadion. Ich finde, es wird viel zu viel, viel zu viel. Und es gibt viele Menschen hier, die in der Necessität sind. Und wir haben ein Millionen für ein Stade, wenn es einen gibt, dass wir einen können, dass wir nicht gut sind. Der Stade, das wird nur für Fußball und Fußball. Ich möchte, dass es ein Stade für Fußballstadion ist. Es gibt noch ein Stade für Fußballstadion. Es gibt noch ein Stade für Fußballstadion. Es gibt noch ein Gymnasium, zum Beispiel. Es ist nicht nur für den Sport. Ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist. Ich glaube, dass es wichtig ist. Ich denke, dass es ein Stade für Fußballstadion ist. Ich denke, dass es nicht schlecht ist, sondern ungelieb ist. Ich denke, dass es ein Stade für Fußball ist. Es gibt noch viele Menschen. Manche sind sehr interessiert. Es wird eine sehr gute Sache für Luxemburg. Ich glaube, dass es eine gute Sache, weil es viele junge Fußballer aus Luxemburg gibt, Und das ist eine gute Initiative, um gut zu spielen, in Luxemburg zu spielen. Und das ist ein neues Stad, das immer gut ist.